hallo zusammen ich bin's rafael heute eine schachtfrage zum sonntag spezial denn wir haben 9000 abonnenten geschafft unser kanal hat über 9000 abonnenten also das muss man dreimal sagen der kanal hat über 9000 abonnenten damit man es glaubt ganz toll habe ich mich riesig drüber gefreut vielen dank dass ihr alle auf abonnieren geklickt habt wenn auch nicht drauf geklickt habt macht es unten auf abonnieren es kostet nichts ist es völlig unverbindlich man kann das abo jederzeit auch wieder beenden aber ich würde mich freuen weil ich würde gerne dieses jahr auch die 10.000 knacken also helft dabei teilt die videos macht werbung wenn ihr leute kennt für die diese videos auch interessant sein sollte erzählt den von unserem kanal und dann schaffen wir dieses jahr vielleicht die 10.000 würde ich mich auch sehr darüber freuen und vor allen dingen freue ich mich drüber dass videos so wie ich sie mache auch funktionieren denn normalerweise ist es auf youtube so man muss irgendwelche reißerischen video beschreibungen machen und video titel machen und vorschau bilder die immer das wahnsinn super mega gambit und so weiter und bei mir gibt es sowas nicht bei mir ist alles seriöser bei mir ist es auch ein bisschen ruhiger ein bisschen langsamer weil ich das richtige tempo treffen möchte um anfängern und wiedereinsteigern auch schach zu vermitteln und da muss man die richtigen themen treffen da muss man aber auch dass den richtigen ton treffen und ich hoffe das schaffe ich und ich freue mich dass es eben auf meine etwas ruhigere seriösere art hier auch funktioniert und auch gut ankommt was machen wir heute der hermann hat gefragt was ist patreon ich erzähle das ja oft wenn ich leute auf patreon grüße am anfang des videos das hat schon seinen sinn dass ich das mache ich würde die frage aber ein bisschen weiter fassen und würde sagen was mache ich eigentlich insgesamt so an schachlichen und ich spiele ja schon ziemlich lange schach also ich habe angefangen so mit sechs jahren sieben jahren da habe ich angefangen schach zu spielen habe zu meinem vater gelernt und ich habe ziemlich intensiv dann gespielt so als ich zehn war elf war habe auch so schachbücher gelesen da hat auch schon lange mein vater nicht mehr gegen mich gewinnen können ich war da auch in der schach ag da hat auch der schach ag leiter hat auch nicht gegen mich gewinnen können also das war interessant es war spannend es war faszinierend aber ich bin nicht in einen verein eingetreten und der grund war dass mich vereine nie interessiert haben ich wollte mich nie auf etwas festlegen sondern ich wollte alles kennenlernen ich wollte einfach mal alles ausprobieren und nicht wirklich nur das oder das erst als ich älter geworden bin habe ich mir gesagt ich möchte mir noch mal so ein bisschen diesen kindheitstraum erfüllen in einen schachverein einzutreten und zwar wollte ich wissen wie stark kann ich werden als spieler und ich wollte wissen wie es ist turniere zu spielen oder in der liga zu spielen in einer mannschaft und deshalb bin ich in einen verein eingetreten und ich bin dann auch mitglied vom vereinsvorstand geworden und bin dort pressewart und das ist jetzt so das erste was ich mache ich schreibe also auf der webseite vom schachclub städten artikel und berichte was passiert so im verein also das können dann die spieltage sein das sind erfolge von den kindern auf den jugendturnieren das sind aber auch einfach berichte wenn wir in der liga gespielt haben dazu mache ich dann ja auch immer noch ein video oder hier auch da hatte ich auch ein video zu gemacht dieses selbsthaftende schachdemobrett das haben wir ausprobiert und darüber berichte ich eben oder hier ist unser luca luca ist der erste württembergische meister den wir bei uns im verein haben da waren wir ganz stolz drauf den schachclub städten gibt das so seit fast 55 jahren und und luca ist jetzt unser erster württembergischer meister im verein er hat die u8 gewonnen er selber ist sieben jahre alt also wenn ein spieltag zu ende ist am sonntag dann komme ich nachmittags nach hause vom spiel und da werden erstmal die partien erfasst dann werden fotos gesichtet und dann schreibe ich hier so ein artikel was ich denn noch mache ich schreibe noch artikel für das amtsblatt das amtsblatt ist hier dieses offizielle verlautbarungs medium also eine kleine kleine zeitschrift die die wöchentlich rauskommt hier in der gemeinde und da schreibe ich auch artikel klein wo ich einfach berichte immer wenn die zweite mannschaft gespielt hat oder die erste mannschaft gespielt hat das sieht dann hier so aus und dann schreibe ich hier so einen kleinen artikel mit dem bildchen dabei und das erscheint dann im amtsblatt gedruckt einmal in der woche oder luca mit seinem erfolg habe ich hier natürlich auch gewürdigt dass er da ein bisschen aufmerksamkeit hat hat er so einen kleinen artikel denn in der zeitung er ist ja selber auch noch recht klein was mache ich noch ich habe im verein und auch vorher schon jugendliche kinder aber auch erwachsene anfänger auf turnieren begleitet und sie da ein bisschen betreut partien analysiert motiviert mal getröstet hat mir viel spaß gemacht es hat mich geärgert dass es keine webseite gibt auf der man schach lernen kann es gab zwar seiten aber die waren alle nicht vollständig oder sie waren mit werbung zugeklatscht und da habe ich gesagt okay das kann ich jetzt ja nicht im jugendlichen oder einem kind empfehlen geben auf die seite erst mal fehlt die hälfte und dann ist da auch noch über werbung und deswegen habe ich gesagt okay mache ich die webseite einfach selber und dann habe ich hier die webseite gemacht www.ich-lerne-schach.de und diese webseite ist jetzt völlig werbefrei und und unabhängig da quatscht keiner rein und hier kann man jetzt alles lernen ich sag mal im dwz bereich von 0 bis 1500 ungefähr es gibt einen bereich für anfänger da findet man alle themen sozusagen schachregeln dann gibt es einen bereich eröffnung da findet man alle öffnungen jetzt hier benoni verteidigung und erkläre ich mit die hauptvarianten was die ideen sind und sie am ende auch ein kleines fazit und und gibt einen ratschlag für wen diese eröffnung was ist und hier findet man wirklich alle öffnungen die ich für relevante halte ein paar habe ich tatsächlich vergessen so ein zwei habe ich schlicht vergessen das ist mir erst später aufgefallen habe ich dann das muss ich mal bei gelegenheit nachholen aber trotzdem hier gibt es ein italienisch spanisch karokan skandinavisch alles mögliche findet man hier und dann gibt es noch einen bereich fortgeschrittene und in dem bereich fortgeschrittene findet man jetzt alle themen die man können die man kennen und können sollte um sozusagen dwz 1000 zu knacken und die seite ist vollständig die texte sind vollständig das ist eine runde sache aus meiner sicht und die webseite wird sehr gut angenommen und habe ich viele positive rückmeldungen und auch wenn die webseite so simpel aussieht ist ja auch einfach da steckt tatsächlich zwei jahre arbeit drin man glaubt es gar nicht aber die die texte die diagramme ich habe hier glaube ich fast 600 diagramme das ist doch ein haufen arbeit gewesen ich hatte damals schon immer die idee auch videos zu machen weil leute lernen ja ganz unterschiedlich und ich wollte auch videos machen ich habe den test gemacht aber die test waren nicht gut ich hätte viel zu lange die videos nach bearbeiten müssen und habe gesagt nähe den aufwand kann ich nicht machen schatz ist so umfangreich oder so viele themen ich kann nicht stundenlang videos nach bearbeiten dann kann ich gar keine videos produzieren und deshalb habe ich damals mich einmal nur auf die webseite konzentriert habe gesagt die mache ich fertig die sollen jetzt mal abgeschlossen sein und das habe ich dann auch geschafft die ganzen texte die ganzen diagramme habe ich auch zusammengepackt in ein ebook denn solch eine webseite kostet natürlich auch geld man muss hosting gebühren zahlen man muss ein ssl zertifikat bezahlen und ich habe dann alle texte in ein buch gepackt und habe das als ebook verkaufe ich das und die einnahmen von diesen ebook die decken genau die hosting kosten von der webseite und wenn er jetzt irgendwie bei weltbild hugendubel talia einfach mal bei talia nach mir sucht denn findet ihr auch das buch und das buch ist jetzt im grunde sind das die hause funktioniert nicht also ich hatte versucht pause zu drücken weil es gerade draußen gerade so laut war aber ich hoffe ihr habt euch nicht stören lassen also das buch deckt die kosten der webseite eins zu eins und das buch gibt's auch bei amazon gibt es das ebook oder es gibt auch wenn ihr einen büchereiausweis habt und eure bücherei bei der onleihe dabei ist dann könntet ihr das buch auch bei der onleihe ausleihen es sind aber einfach nur die texte von der webseite das ist jetzt einfach für leute die die webseite unterstützen wollen oder die auf dem tablet auf dem handy auf dem ebook reader lieber lesen als sich auf einer webseite irgendwie durchzuklicken ich hatte aber wie gesagt damals schon immer auch die idee videos zu machen dann war diese webseite fertig und dann hatte ich ein bisschen zeit das war ja dann auch eine zeit daten viele leute plötzlich zeit aufgrund der umstände und da habe ich dann angefangen mich nochmal damit zu beschäftigen wie machen das denn andere und da bin ich dann auf das tool obs gestoßen und obs nutzen hauptsächlich streamer und damit kann ich ein video live aufzeichnen ich muss da nichts mehr nachbearbeiten ich lade das denn so hoch wie es ist und das ist natürlich toll weil dann habe ich erstmal den eindruck den ich hier jetzt ja auch gerne vermitteln möchte soll ja so sein als würde ich jetzt euch gerade ein thema erklären so wie ich auch beim vereinsabend jemanden gegenüber sitzen würde und es ist quasi live und unverfälscht da ist dann eben auch jeder lärm der gerade auf dem balkon gemacht wird da ist dann zur not auch mit drauf jeder versprecher jeder haspler ist dann auch mit dabei und das tool wie man das nutzt wie man wie ich das video aufzeichnen wie ich das video hochlade wie ich vorschau bilder mache das habe ich auch mal gezeigt und das habe ich gezeigt im 500 abo special da habe ich das mal ein video gemacht und gezeigt wie erstelle ich videos wie lade ich sie hoch und welche tools nutze ich habe auch gezeigt welche hardware ich einsetze das ist inzwischen neue hardware die ich hier benutze und als ich das tool gefunden hatte und damit so ein bisschen sicherheit hatte dann hat der youtube kanal fahrt aufgenommen dann habe ich wirklich videos gemacht und es ist so dass ich mittlerweile shorts videos erstelle und normale videos erstelle die shorts videos erscheinen jede woche mit schachaufgaben typische motive hauptsächlich aktuell endspiele und denn erstelle ich videos und die videos kommen immer raus dienstags oder am wochenende am wochenende meistens samstags zuletzt habe ich ja mit diesen schachfragen zum sonntag angefangen diese denn immer sonntags aber normal sind die videos dienstags und samstags nicht immer zwei aber meistens zwei und wenn ihr das vergleich mit anderen youtuber viele müssen einfach zwischendurch mal eine auszeit nehmen oder machen mal paar monate gar kein video bei mir gibt es seit vier jahren wirklich jede woche mindestens ein video und inzwischen in der regel zwei videos plus ein shorts video und das war der youtube kanal und damit versuche ich anfängern und wiedereinsteigern alles zu vermitteln was sie können müssen oder können sollten wenn sie besser werden wollen der fokus ist immer dwz 0 bis 1500 ungefähr in einigen videos gehe ich darüber hinaus vor allen dingen auch in den öffnungs videos da vermittle ich auch wissen dass ein bisschen höher ist aber die normalen videos richten sich immer so an diesen spielstärke bereich ich sortiere die videos auch in playlisten und jetzt muss er erstmal laden und zum beispiel playlist so benoni verteidigung orang utan chess space manche playlisten sind schon ziemlich vollständig also jetzt zum beispiel die playlist zur skandinavischen verteidigung oder so khan verteidigung zum londoner system es gibt auch schachmatz hat auch eine eigene playlist andere playlisten ja da ist noch nicht so viel drin aber das wird schon noch und die wichtigsten playlisten sind wirklich die grundlagen die grundlagen playlist da sind alle basics drin da ist das handwerkzeug drin das ihr braucht und die partie analysen also ihr seht hier 191 partie analysen die partie analysen sollen immer die öffnung vertiefen durch viele wiederholung wiederholung und dann typische ideen pläne vermitteln fürs mittelspiel das ist ja immer so schwer in einem separaten video zu fassen und deshalb habe ich hier die partie analysen dass man einfach sieht was sind jetzt ideen im mittelspiel die man verfolgt die man versucht umzusetzen und dennoch typische ideen motive auch im endspiel natürlich je nachdem wie lange die partie ist oder was für eine partie das ist und was ich auch mache ich zeige natürlich auch ich habe ja auch rafael roto 2000 in dem ich sozusagen alle turnierpartien von mir zeige das ist der youtube kanal es geht aber beim schach lernen nicht nur darum zu lernen sondern auch praxis ist ganz wichtig und am anfang ist praxis ganz wichtig ich möchte also hier auch motivieren zu spielen und die beste art zu spielen um besser zu werden ist es partien zu spielen mit längerer bedenkzeit und am besten partien in denen es auch ein bisschen was geht also wo man ein bisschen druck hat wo es ein bisschen ernsthaft ist also ich kriege oft partien geschickt hat jemand 30 minuten partie gespielt verbraucht aber jetzt bloß vier minuten weil er die züge einfach runter zieht das ist nicht das wie man besser wird es geht darum dass man sich wirklich gedanken macht dass man pläne entwickelt ideen entwickelt während der partie sachen durchrechnet und deshalb eben längere bedenkzeit und am besten so ein bisschen ernsthaft und dafür habe ich denn ein liches team gegründet die liches teams findet man unter gemeinschaft auf liches teams und das team heißt www.ich-lerne-schach.de genau wie die webseite und man ihr findet das wenn ihr auf alle teams geht und dann tippt ihr oben einfach www.ich rein und fertig und dann findet ihr mein liches team und da sind schon über 1000 mitglieder drin es sind aber nicht alle 1000 aktiv die sind mal irgendwann haben drauf geklickt haben dass sie mitmachen wollen sind dann wieder abgehauen spielen gar nicht mehr wie auch immer aber so 20 30 so ein kern die sind auch wirklich aktiv und hier gibt es noch das ls rapid team das ist eine auskopplung damit habe ich nichts mit zu tun direkt habe aber sozusagen den namen zur verfügung gestellt und die kollegen konzentrieren sich ganz auf schnell schachtturniere und sowas das ist aber hier mein themen team und wenn man darauf geht hat man hier zum einen ein forum da könnt ihr euch denn untereinander austauschen auch und ich erstelle hier jede woche ein zwei schnell schachtturniere und für die leute die wirklich lieber blitzen wollen und für die die vielleicht auch stärker sind habe ich die habe ich uns auch in der liches liga angemeldet die liches liga findet immer donnerstags und sonntags statt das sind blitz turniere da wird also mit schneller bedenkzeit gespielt und das sind team turniere und da gibt es ein richtiges liga system also spielen dann immer zehn teams gegeneinander und dann steigen die oben auch auf und die unten auch ab also das ist immer sehr viel spaß und sehr lustig und das tolle an diesen liches an dieser liches liga ist da auch viele titelträger haben ein eigenes liches team also fms ims gms haben ein eigenes liches team und nehmen hier auch teil man hat also hier die die super gelegenheit tatsächlich auch mal einen richtigen titelträger ans brett zu kriegen das hat man wo hat man sonst die chance dass man mal irgendwo gegen eine fm spielen kann oder im oder sogar ein gm und die chance hat man in der liches liga also wenn ihr da mal lust darauf habt kommt ist ins team es gibt regelmäßig schnell schachtturniere mit längerer bedenkzeit und wir sind in der liches liga aktiv und niemand muss jeder kann es soll wirklich nur motivieren wir sind da auch nicht so ambitioniert wir wollen jetzt nicht unbedingt aufsteigen wir wollen unseren spaß haben und wir wollen ihm einfach praxis hier sammeln praxis vermitteln den spaß an der sache vermitteln alle links findet ihr immer in der video beschreibung also ihr findet da auch den links zu unserem liches team und auch zu den anderen seiten die ich die ich anbiete und die ich bespiele sozusagen es kam immer wurde immer der wunsch auf mich zugetragen macht doch auch ein discord server und ich habe mich breitschlagen lassen und habe auch ein discord server gemacht es gibt also jetzt auch ein discord server das ist discord das discord ist ja so ein bisschen was wie skype bloß mit community funktion oder auch so ein bisschen gaming ausrichtung und der discord server ist auch www ich-lerne-schach.de links unten in der video beschreibung und dort gibt es jetzt textkanäle hier sind textkanäle zum beispiel ein allgemeiner da kann man einfach mal loswerden kann man reinschreiben was einen interessiert und dann wird man hier sich austauschen und auf fragen stellen ich schaue jede woche auf den discord server aber auch andere beantworten ja fragen also hier sind viele leute die sich sehr gut auskennen und die beantworten das dann auch also wenn ihr konkret was fragt könnt ihr das hier machen hier gibt es einen textkanal event events da schreibe ich immer rein welches turnier gerade ansteht damit man das nicht verpasst und dann gibt es hier zum beispiel ein textkanal mit partien und aufgaben da schreiben die leute gerne mal so aufgaben rein oder sie zeigen partien diese gespielt haben ich auch stelle hier partien rein die jetzt nicht irgendwo teil von von videos sind einfach nur mal so eine interessante partie zum anschauen was dazu schreiben hier könnte man auch ideen geben hier könnte man rückmeldung geben interessant hier ist aber auch es gibt hier ein community treffpunkt das ist ein sprachkanal das heißt alle die da drauf klicken und da drin sind die können dann live direkt miteinander sprechen man kann also diesen discord server nutzen um sich zu verabreden gegeneinander schach zu spielen oder unterhält man sich nebenbei man kann dort auch die webcam aktivieren dann sehen die anderen ein man kann den desktop scheren also den desktop den man selber sieht teilen dass die anderen den sehen und da könnte man zum beispiel partien zusammen analysieren oder aufgaben zusammen lösen also diese möglichkeiten bietet der discord server es wird genutzt es wird jetzt nicht überrannt aber wenn ihr da interesse habt wenn ihr sowieso auf discord seit unten in der video beschreibung ist der link so damit wieder zurück hoch und zur überraschung das ist jetzt die überraschung die ich vorbereitet habe wer ist denn das das ist der im frank zeller und ich habe ja gesagt ich möchte mich bei euch bedanken und deshalb habe ich den frank engagiert wofür habe ich ihn engagiert ich habe ihn engagiert für ein online training für euch der frank ist nicht nur bundesliga spieler wie ihr hier seht er ist auch ein professioneller schachttrainer der so anfänger hobby spieler oder auch profis trainiert und ihn habe ich engagiert für euch dass er sozusagen im liches team ein training gibt darüber wird es kein youtube video geben das ist wirklich nur für euch dass ihr daran teilnehmen könnt wann das stattfindet das wird im mai sein das werde ich im liches team rum schicken das heißt da werde ich per team nachricht euch informieren wann dieses training ist und es wird standen stattfinden denn auf dem discord server das wird also ein online training und da wird er dann sozusagen in diesem sprachkanal sein mit webcam und man sie wird das brett sehen oder wir teilen eine studie dann kann jeder auf diese studie kommen und dann wird er uns etwas erklären das thema steht auch schon fest das thema wird sein meisterhafte antworten auf miese gambits das heißt der frank wird uns erklären wie man gegen stafford und konsorten am besten spielt wie ein profi dagegen spielt und das ist so ein kleines geschenk von mir an euch und ich erweitere das sogar noch und ich sage wenn das gut angenommen wird und dann nehmen bei dem ersten zehn leute teil auf dem discord server dann buche ich ihn auch noch mal also dann buche ich ihn noch mal dann machen wir noch ein thema und wenn da dann 20 dabei sind dann mache ich sogar noch mal und wenn es beim dritten mal 30 sind denn zur not auch noch ein viertes mal also macht mich arm ich zahl ihr könnt zuschauen und können was lernen vom im frank zeller und zum abschluss kommt jetzt noch der hermann mit seiner frage hat er doch ein bisschen warten müssen bis er dran kommt und zwar war ja die frage vom hermann was ist eigentlich dieses patreon ich wurde immer gefragt kann man dir auch irgendwie geld spenden du hast ja aufwand du hast relativ teures equipment software die du bezahlen muss können wir dich irgendwie unterstützen das habe ich immer abgelehnt habe gesagt mir ist es wichtiger dass ihr auf die videos klickt dass er die videos teilt dass sie kommentare schreibt da freue ich mich mehr drüber aber leute sind ja zum teil stur und haben gesagt nee wir wollen aber irgendwie und da habe ich gesagt okay für mich macht das aber nur sinn wenn ich dann auch mit den leuten irgendwie austausch treten kann diese möglichkeit gäbe es auf youtube das sind die kanal mitgliedschaften allerdings bei youtube wenn man da denn jemanden diese kanal mitgliedschaften kosten ja geld monatlich die kann man zwar auch wieder kündigen aber die kosten monatlich und wenn da jetzt jemand was spendet behält youtube oder google ein drittel davon 30 prozent und das finde ich jetzt ein bisschen bisschen blöd also wenn jemand jetzt nicht unterstützen will und dann zu einem drittel youtube unterstützt das passt für mich nicht zusammen und dann habe ich mich umgeschaut habe patreon gefunden und patreon sieht so aus auf patreon kann man sich einfach kostenfrei anmelden und hier gibt es jetzt ganz viele künstler aber auch handwerker musiker sänger alles mögliche die hier drauf sind und eine seite haben auf patreon und wir können wir mal suchen jetzt suchen wir einfach mal nach mir so und dass wir jetzt meine patreon seite und erledigt die bilder da hat er sie und jetzt gibt es mitgliedschaften und es gibt sozusagen die torfnacken die kosten zwei euro monat es gibt die clubs kalle ist diesen fünf euro monat und es gibt die schachmatze katzen die sind zehn euro monat und dann könnte man meinen kanal monatlich unterstützen man kann das aber auch immer zum ende des monats kündigen die unterste mitgliedschaft zwei euro kann man auch kostenlos sieben tage testen und dann einfach gucken was ich da mache was mache ich da ich mache da eigentlich nichts besonderes ich es ist jetzt nicht so dass ich hier exklusive inhalte posten würde also es gibt dort keine extra videos denn ich möchte dass der youtube kanal dass dort alles was ich erstelle auf dem youtube kanal auch frei verfügbar ist ich will keine geheimen zusätzlichen angebote die man bezahlen muss es ist also wirklich bloß eine art spende und das einzige was man eben hier bekommt ist dass ich in einem in dem nächsten video der neue mitglieder freundlich grüße im youtube video deswegen grüße ich immer häufiger mal leute am anfang ganz einfach als dankeschön als dankeschön dass die wirklich sagen hier ist etwas das möchte ich finanziell sogar unterstützen beim mittleren gibt es das ebook zusätzlich dazu und beim bei der schachmatze katze da darf man sich auch ein video wünschen also ein thema wünschen das sind so die einzigen gut ist die ich verteile hier es ist aber auch so dass das man ich kann mir mal kurz ja mich auch anmelden doch jetzt bin ich angemeldet und jetzt könnt ihr auch mal sehen was ich hier erstelle also das sind zum beispiel ich berichte hier immer welches video ich gerade gedreht habe und warum das heißt hier erfährt man dann immer was ich aktuell gemacht habe und wann es dann online geht auf youtube man kann die also ein bisschen in die in die zukunft schauen was an videos kommt und was als demnächst kommt und ich erzähle auch immer ein bisschen dazu was der sinn von dem video ist es gibt ja auch so ein bisschen homestory mäßig also zum beispiel fotos von mir im urlaub oder fotos von mir wenn ich krank im bett liege also solche tollen sachen bekommt ihr hier aber normalerweise wirklich berichte ich hier davon was ich mache und was es demnächst online geht was noch dazu ist ich man kann hier natürlich direkt mit mir kommunizieren ihr seht hier gibt es benachrichtigungen dann kriege ich direkt meldungen kann kann mit den leuten die mich hier unterstützen mich auch ein bisschen abstimmen ich habe ja zum beispiel letztes jahr beim day cesar open mitgespielt und dann habe ich hier eine umfrage erstellt und habe die patrons gefragt wo soll ich mich denn anmelden denn die anmeldegebühr für das open haben die patrons bezahlt und dann habe ich gefragt okay wo soll ich denn spielen a open oder b open ich hätte mir ganz gut gerne b open gespielt und einen guten platz gehabt vielleicht sogar turniersieger geschafft aber nein die haben gesagt raphael spiel a open dass du richtige gegner hast und das ist sozusagen der einfluss der patrons wenn ihr also den kanal finanziell unterstützen wollt kommt auf patreon es gibt eine kostenlose sieben tage mitgliedschaft ansonsten freue ich mich aber auch sehr darüber wenn ich einfach kommentare von euch bekommen likes bekomme wenn ihr auf die videos klickt wenn ihr die videos teilt das ist mir eigentlich wichtiger als die zwei euro hier das ist also jetzt hermanns frage gewesen und das war unser special vergesst nicht unseren bankseller mit dem online training ich werde irgendwann ende april werde ich im liches team rumschreiben wann das training stattfinden wird das wird denn im mai soweit sein und ihr solltet euch bis dahin auf das liches team begeben wenn ihr da noch nicht seid und ihr solltet euch schon mal auf den discord server begeben und versprochen wenn bei dem train beim ersten training zehn leute sind dann wird es ein zweites noch geben und wenn beim zweiten sogar 20 dabei sind dann gibt es auch noch ein drittes und wenn ihr mich arm machen wollt machen wir das so lange weiter bis immer 30 40 50 kommt alle dazu wird toll also ich kenne den frank und ich weiß wie der frank trainings macht und die sind hervorragend und da könnt ihr auch darauf freuen und ich hoffe dieses kleine geschenk ist eine gute idee und dann lasst uns jetzt aufmachen richtung 10.000 abonnenten und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder tschüss zum nächsten mal wieder tschüss